In der Schweiz ist die Rede mit Anatoly Haley, Roman Dikischi, Robert Zwitschka und Igor Reisley. In der Schweiz sind der Jürgen Steffen, Hikene Wigeler, Max Heizer und Lukas Baipotti. Die Kampfrichter sind der Alexander-Marie von Deutschland und der Dennis Kompsek aus Singapur. Auf der Rotenbahn für Rakiskusch Russland gegen Ungarn. Russland mit Nikita Gasko, Sergej Vida, Mali Anopi und in Reserve Sege Kodos. Für Ungarn in Andenstern Jeldi Zikloski, Andraschredi, Daniel Bertha und in Reserve Sigur Andraschredi. Kampfrichter, Herr Brescher aus Deutschland und Herr Sabé aus Ägypten. Please start the matches. Let's go boys. Let's go. let's go. Let's go. Vielen Dank. 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 Yeah. 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 Bravo, 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 bravo. Bravo, bravo. Bravo, 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 Bravo, bravo, bravo. Bravo, bravo. Bravo, bravo. Bravo, bravo. Bravo, bravo, bravo. 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 Bravo, bravo, bravo. Bravo, bravo, bravo. Bravo, bravo. Bravo, 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 bravo. Bravo, bravo, bravo. Bravo, 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 bravo. Bravo, 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 bravo. Bravo, 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 bravo. Bravo, 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 bravo.